Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress eingeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Information hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass Sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Hast du eine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Hastrums Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Soweit Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu kriegen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team mehr. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Käpt'n ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Kordos hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann sie im Bedarfsfall von hier wegbringen, Riga. Die Gäste haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde Sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse Sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Das ist gut so. Ja, sehr schön. Ach, das ist sehr gut. Also dann. Na ja. Ich sehe mal, wie es weitergeht. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Tali Zora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit in die Krankenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Sie müssen Sie nicht mögen, Tali, aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leide ich Ihnen eine Planate. Weiß nicht. Arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn es hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normale, die umso lang Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Tali Zora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Denken Sie daran, Shepard, dass Cerberus nicht unser Freund war, als wir gegen Ceramence Feld gezogen sind. Ich bin auf der Maschinen weg. Vergessen Sie nicht, sich bei Eni vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Ja, soviel dazu. So wie es weitergeht, wird bestimmt nicht so interessant. Bis bald.